So, hier kommt das Finale. Grande Finale. Dann werden wir uns mal darum kümmern, dass auch Feinde kommen für die. Ein ganz besonderer Feind nämlich. So, wieder hier ein bisschen Action, so Kill Bill Style. Das ist eigentlich nur Tastensmashing jetzt gerade schlechthin, aber es sieht einfach nur total episch aus, wie Nioh sie alle fertig macht. Und da ist mir die Waffe abhandengekommen, kacke. Oh, Nioh! Okay, okay, okay. Ja, okay, dass er das könnte, kann, wusste ich noch, habe ich stuttert, vergesse ich schon wieder. So, war es das oder kommt mir noch, gehe ich nach. Ne, das war es. Dann können wir ja hier hingehen. Mein Freund, du bist ein Natural. Ja, haha, haha. So, jetzt bin ich wieder hier. Das heißt, ich kann jetzt ganz getrost hier hingehen. Und mich wieder hier um einen kümmern. Zack! So, hier ist, fliegt er weg. Aber nicht schlecht. Boah. Alter! Ja, haha, alles. Alles okay. Jetzt reicht's mir. Keine Spieltien mehr. Sehr schön. Na, komm. Bam, 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 bam. Und schön ins Gesicht. So, Waffe wieder aufnehmen. Wow, 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 wow. Alter! Das ist nicht wahr. Oh, für mich sieht's gerade verdammt schlecht aus. Aber, ihn will ich hier noch kriegen. Zack, auch geile Technik. Schön, dass Neo die jetzt auch schon beherrscht. So, hier, du kriegst jetzt das. Und bist damit tot. Wer kommt jetzt? Ach, du Scheiße. Jetzt geht's richtig los hier. Jetzt kommen die drei Shinobis hier. Auch ja, etwas, was ich total vergessen habe. Deswegen ganz schnell besiegen. Und jetzt hab ich gleich ein großes Problem. So. Da, ha, 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 ha. Geht schon los hier. Lasst mich in Ruhe. Nein! Scheiße, gestorben. Die dürfen den ganzen Scheiß, glaube ich, nochmal machen, ne? Ja. Klasse. Fuck, ey. Ich muss mehr mit der Verteidigung spielen. Ich merke das schon. Na, komm. Ja. Also, wenn's wirklich hart auf hart kommt, kann ich ausweichen. Also, die Möglichkeit ist mir gegeben. Komm. Ja. Gut. So. Oh, manchmal klappt das so mit dem Ausweichen nicht. Komm. Danke. Ja, ich weiß, dass ich Talent hab. Komm, lass mich mit gegen die nächsten drei kämpfen. Machen wir jetzt mal auf einer ganz fiesen Art und Weise. Den ersten verprügeln wir. So. Zack. Die beiden haben wir mal eben schnell im Doppelpack abserviert. Jetzt bin ich ein bisschen fies zu dehnen, indem ich Kung-Fu einsetze, obwohl's hier um den Schwertkampf geht. Aber sonst bin ich nächste Woche noch zu Gange gegen die höchstwahrscheinlich. Okay. Demnächst würde ich aber lieber gerne das Gesicht wegtreten. Treten. Auch eine Möglichkeit. Sehr schön. Ha, was ein schöner Rundumschlag. So, komm. Raus da, Neo. Komm. Ja. Ich bin wieder im Geschäft. Ich bin wieder im Geschäft. Na, da, 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 komm. Den kaputt kriegen. Ja, geil. So liebe ich das. So. Jetzt kommen ja die drei Shinobis. Diesmal haben wir ein bisschen mehr Leben dabei. Das sollte zu machen sein. Gucken wir mal wieder an, wie sie kommen. Ich find dieses Sequenz ist eigentlich sehr episch. Oh yeah. Wie er da von unten rausgeschossen kommt. Wie der Profi. Wow. Weg, weg. Weg. Da war er nicht drauf vorbereitet. So, jetzt kommt Kung Fu. Kriegst du noch eine kleine Abreibung. Und jetzt kriegen sie wieder gleichzeitig eine. Vor dem Latz. So. Jetzt wird es Zeit, den ganzen Spuk ein Ende zu setzen. Wenn sie mich mal lassen. Hallo, was ist denn hier los jetzt? Was ist denn hier los jetzt? Ich hoffe, das war's. Jetzt geht's los. Kommt jetzt mal in die Bingskampf. Ich weiß es nicht. So, was haben wir gelernt? Den Todesstoß. Natürlich nur mit Waffen. Aber wir haben ihn gelernt. Gucken, was jetzt kommt. Ja. Jetzt wird's lustig. Diesen Kampf liebe ich über alles. Weil der einfach nur episch ist. Das heißt episch. Er ist einfach nur genial, was man hier machen kann jetzt. So. Überlebenskampf. Erziele 6.000 Punkte in 5 Minuten zu gewinnen. So. Jetzt muss ich den ganzen Angriff Sven sogar vernichten, damit ich Punkte kriege. Dann werden wir das doch mal machen. Da kommen wir jetzt alle. Star, stürmen Sie die Bude. Einfach nur episch. Na, komm. Friss meine Fäuste, du Drecksack. Na, der ist K.O. Kommt zur nächsten Gegnerwelle. Ich weiß, dass hier auch irgendwo eine Waffe ist. Ich denke, du kannst den Rekord bekommen? So. Ah, da kriegen sie mich jedes Mal. Und du kriegst ein paar Fäuste. Der Punch schlechthin. Na, komm. Hau mir nicht ab. Fliegt da durchs Fenster. So wie du gerade lustig bist. Angst, werde ich vernichtet. Er ist mit einem Rang-Attack. So, komm her. Ja, komm. So, dann stürzen wir nach unten. So. Ja, da gibt es. Da gibt es die Waffe. Ach, geile Sache. Die will ich haben. Da kriege ich den Stock endlich. Gib mir den Stock, der ist gut. Wir haben schon mehr als die Hälfte. So. Habe ich die Waffe jetzt weg? Nein. Damit kann man auch lustige Sachen machen. Ja gut, okay. Das ist halt wie ein Schwert. Zack. Da. Da ist der down. Wie kann man zwischen... Jetzt muss ich kurz einmal unterbrechen. Ach, nicht Option. Da will ich doch gar nicht hin. Ich will auf die Steuerung. Steuerung. Waffen wechseln. F. Entwaffeln. Q. Code an sich 10. Jetzt ist ja eine leile Option. Andocken. Topulator. Ähm. Mit F wechselt man die Waffen. Das hatten wir aber schon gehabt. So, und du... Gute Nacht. Incredible. Eine weitere Waffe und du verbringst Morpheus' Rekord. So. Ja, habt ihr gehört? Eine Welle noch und wir haben sogar Morpheus' Rekords gebrauchen. Ja gut, die kennen wir jetzt schon.